Willkommen in der Torture-Roll-Video. Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video. An Jans Golfi-Golf. Mahlzeit. Mahlzeit. Achso, ich dachte. Ja, du kannst auch Mahlzeit sagen im Video. Wie du das möchtest. Du musst die Leute auch nicht begrüßen, aber du darfst. So, was gibt es hier Schönes? Die längliche Stange. Achso, ja, eine Dom-Strebe. Das nicht, ja? Das nicht. Da ist es. Da ist es. Keiner sieht, was es ist. Nimmst du die Strebe noch? Ja. Verdammt, ich filme ja noch. Rinn in die gute Stube. Ja, das ist eine etwas größere Halle, hm? Ich habe ja gesagt, die ist riesengroß. Riesengross. Was sagst du zu der Farbe für das ganze Auto? Oh ja, das. Oh, das ganze Auto. Das ist die Farbe vom Auto. Könnte man sich gut vorstellen. Also das ganze Auto, Grill und so, schwarz, Heckleuchten schwarz. Scheinbar von vorne schwarz. Es wäre halt geil, wenn der Lack einschaut sein dreht. Warte, wenn der Lack wirklich so glänzen würde auch, ne? Er glänzt ja noch so. Und Felgen halt auch. Du verrätst gerade alles komplett, Junge. Das kannst du ja rausnehmen. Vielleicht auch noch rosa. Schink. Ja, aber Stürbis und im Gesamten könnte das ja ein ganz schlüssiges Konzept darstellen. Wenn man dann noch die Leisten schwarz macht. Ja. Das könnte theoretisch auch Rony machen. Ja, der hat doch ja auch Rony. Du hast doch gerade gesagt, du kannst das Ding warm zahlen. Wegen Kunststoff lackieren, weißt du, Rony? Ja. Weil bei Rony weiß ich, dass er das hundertprozentig macht. Ich mach das hundertprozentig. Weil ich kann es nicht leiten, wenn es nicht hält. Weil Kunststoff ist nicht gleich, also das ist nicht. Es ist nicht einfach mal draufsprühen und dann ist gut. Das ist noch halt. Muss man ja, muss man dann auch nicht gleich machen, kann man ja. Was muss denn da lackieren dann? Also die Dinger hier, oder? Die Leisten plus die Verbreiterung sind nicht losstanden. Die Verbreiterung, die habe ich ja schon gemacht. Guck mal vor. Ja. Die Spiegel wird schon wagenkorbelackiert. Blech reinkocht haben. Komplett clean reinklappert. Ja, das Ding zugeschwäßt. Das wird dann zu viel. Das wird zu teuer. Also das kann man ja noch später. Genau. Also das ist ja eh, wir haben gesagt, wir stellen das erste Auto hin. Klar. Als gute Basis. Und ich denke mal, in dem Moment, wo wir, und wir haben jetzt schon, neben dem, was es ursprünglich mal kostet, haben wir schon ein Kaufgeld, neben Wannermut versenkt. Eben, stehen wir. Ähm, und ich glaube, das große Goodie ist jetzt noch, dass wir uns noch um die Lackierung kümmern. Und wenn der komplett lackiert dasteht, dann hat er mehr als eine gute Basis, glaube ich. So, wir hatten letztens schon das Thema, wenn er dann sagt, er will im Innenraum irgendwie noch was machen, etc. Dann muss ich halt die Kohle zusammensparen und dann kann man Step by Step den anderen was machen. Wenn man da drinnen das Armaturenbrett mit rosa Leber beziehen würde, dann, nee, ist auch nur besser. Das kann man dann machen, aber das ist dann dein Ding, Jan. Ja, ich kann mir nicht schon vorstellen, dass das geil aussieht, wenn das schön und clean hinten ist. So, wenn ich jetzt langsam hochfahre, müsste die Achse... Achso, ja, die Räder können wir dann abmachen. So, haltet ihr die Stoßdämper fest? Ja, wir müssen übrigens die Achse drehen, weil ich gesagt habe, wir müssen die so einbauen, ja. Und die ist falsch rum. Weil ich bestimmt harte war. Wie hoch? Es fliegt gleich drüben der Stoßdämpfer raus, Ronny. Noch höher? Ja. Jetzt kannst du das Stoßdämpfer einfach langsam loslassen. Genau. Sind wir jetzt dran? Ja. 18 und 19. Übrigens sind wir heute die Fantastischen Vier, wollte ich schon mal sagen. Also Peter ist der Profi an der Bohrmaschine. Auch genannt der Zerstörer. Unter anderem. Jan ist der Künstler mit dem Pinsel, ja. Ist der Streicher. Nicht? Ja, doch. Und Ronny ist der Gott an der Poliermaschine. Und ich? Ich bin Superman. Ich kann fliegen. Du bist Kameramann. Ich kann fliegen. Sehr schön. Ja, jetzt fädeln wir die Stoßdämpfer gleich an, oder nicht? Wir machen die wir jetzt nach oben so zusammen rein. Bis fertig, Jan? Peter? Wie weit bis hoch kommt? Na, bis kurz knapp bis ganz nach oben, ne? Wenn du es schaffst, ja. Ja, du versaust und fuhl da hin. Jetzt hast du tiefer gelegt. So kommt das Auto nach oben. So kommt immer länger. Das ist einfach immer tief gelegt. Das Restgewinde ist immer runden. Du hast keine Restgewinde mehr. Aber es ist nicht so schlimm. Wir machen das für dich. Peter. Warte, ich kann das auch noch mal vorstehen. Nein, das passt schon. Wir halten das Ganze. Schön, dass das Feingewinde ist. Er ist doch ein Wolf. Gut, es ist wenig, nicht so viel. Ich muss jetzt anstellen, aufstimmen. Acht, vier. Lassen wir. Wie gut ich das gefettet habe, he? Sieht man in meinen Händen. Mit meinen schweißigen Händen habe ich das jetzt gefettet. Durchgefettet. Bist du drin? Nein, dafür fehlt noch was. Noch mal. Noch mal. Jetzt bin ich drin. Dann nimm jetzt die Finger weg. Was weg? Ja. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Gut? Ich weiß, es ist ein paar Worte. Willst du dir kurz erzählen was du gerade machst? Ich versuche die Fläche glatt und sauber zu bekommen. Jetzt in der neuen lackierter Ecke. Ich versuche die Fläche glatt. Ich zeige mir das neue an. Exklusiv. 2,79 Euro. Jetzt musst du was gucken, dass du richtig rum draufsteckst. Aber es hat unten die zwei Schlitze. Ich weiß nicht, ob ich das ohne irgendwas versuche. Die zwei Schlitze müssen nach unten. Genau. Schön auf dem Ventil decke willst du jetzt die Zange legen. Wenn du merkst, dass es blöd wird, dann nimmst du Öl. Drehen. Jetzt. Gut. Dann weißt du, dass du den Stab oben auch noch sauber machen kannst. Jetzt kriegt er es nicht rein. Ich mache es vorsichtig. Wir haben ein Teil eingebaut, was drin bleibt. Was nicht nur viermal raus gemacht werden. Sobald ich die Schäme schiebe ich raus. Genau. Sobald ich die Schäme schiebe ich raus. Sobald ich die Schäme schiebe ich raus. Du kriegst dich raus. Du musst du richtig drücken und dann geht's. Ja klar. Du bist doch der Mann mit dem Strom. Mit Griffkraft der Mann, ja. Griffkraft und Strom. Du bist doch hier der 22 Volt Typ. Ich komme hier nicht öffnen. Aber guck mal, kannst du das nicht hier oben erstmal los machen? Kannst du das nicht trennen, dass wir bloß Platz haben? Das ist lackiert und schick und fest. Ich guck jetzt erstmal wie ich hier drauf komme. Eigentlich geht es ganz einfach. Warte, warte, warte. Lass ich mal rein, Roni? Wo ist das? Oh, shit. Ja, wir sind ja schon mal drauf. Die erste Hörte haben wir geschafft, wenn ich die auch schon hacken musste, im Prinzip versuchen, zwischen die Schelle zu drehen. Ist das mit der Schelle nicht richtig? Die ist weggebrochen, oder? Ja, die ist weggebrochen. Okay, ich zieh den Schlauch ab. Was ist das denn? Ja, wir nehmen einfach die normale, dann scheiß drauf. Warte, warum? Ja. Wenn der jetzt noch die Schelle mit halt hat. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Das haben wir hier in Döner mit Knoblauchsaus. Ich nehme komplett. Und dann misst du. Was geht denn noch? Drehst du doch vielleicht. Gibt es denn hier noch ein Werkzeug, was man damit machen kann? Ja, das ist auf Schemrie. Sehr gut. Gibt es voll? Hm? Gibt es die Unterschiede? Ja. Gibt es nicht. Stehen wir das linke. Ich dachte mir, das war so. Ja. Du! Hältst du jetzt auch sagen schon? Sag mal. Wenn ich deine Mutter hätte sagen. Dann haben wir jetzt schon ohne Hemmschwelle bei dir gebrochen. Dann gab es nie. Dann gab es nie. So, jetzt habe ich die Lüchter hier mit der Platte. Die liegt hier vorne. Oh! Das war es wert. Hart oder was? Mein Schwanz ist hart. Das Ding hier ist... Da esse ich lieber von Ronny noch so ein Brötchen als so ein Knacker. Ja, jetzt kommt es. Dann machen wir hier oben noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Du siehst hier oben auch noch rein. So, jetzt? Wir haben Luft. So. Jetzt nicht mal den Riemen auf den drauf machen. Das heißt... Du musst gar nichts nach hinten, ne? Einfach drehen eigentlich. Kann man das drehen? Ja, rechts drehen. Also, Inputzeiger sind. Du müsstest den hier drehen. Da hinten. Ich habe da so ein Appell. Dann steht man da hinten. Hol alles rein! Ja, auf den Weg. Weil das kommt dann meistens nicht zurück. Prost. Prost. Auf die tausend Abonnenten. Achst du? Stopp? Nein. Nein. Kann man nur noch die anstoßen. Oder was? Haben wir auch den Ring getragen? Ja, ja. Dann glaube ich. Das ist das Set mit verpackt. Das kannst du gar nicht nur gut machen, Jan. Das ist jetzt eigentlich gewissen. Dann machen wir doch Junos nichts gewissen, ey. Du bist wie Kammer. Der Ronny, der unterstützt dich ja. Ja. Das ist alleine. Ich würde mir liebst das bei der Fülle. Mach das doch mal. Krüchen 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 doch mal. Lass mich jetzt noch da los. Ich bin ernst. Du machst es jetzt gerade. Ich habe das ja ernst gemeint. Du ziehst gerade das da runter. Ich habe es noch nie gekriegt. Das ist Spaß. Nee, wirklich. Schüttlos, Junge. Lass das auch hier rein. Eine blöde Idee, eine neue Tischung drauf zu machen. Jetzt muss man ja irgendwann mal sagen können, dass wir hier ein Motor im Auto haben. Was kommt jetzt gleich dran? Eine Flansch. Eine Flansch. Eine Flansch. Es wird angeflanscht. Meinst du jetzt für oben? Hast du den Gelber schon mal hier geprüft? Ja. Ja, die Kamera läuft. Alle haben gesehen. Die drüben ist gerade da. Die ist festgehalten. Harmonie. Harmonie. Wie war der Titel? Ronny, kannst du mir noch zwei Schrauben dafür beziehen? Mütterliebe beim Schrauben. 20 Millimeter lang. Normale Sechster sind das gewesen. Auch eben. Aber der Ronny hat auch alles da oben. Da kannst du sagen, was du willst. Der hat hier Spezialfett, der hat hier Pulverfett, der hat hier Silikongelumpe. Jeden Scheiß hat der. Ich habe auch Fett. Und Ronny? Ja. Das kannst du vielleicht auch einsetzen. Hast du das? Ja. 5 Flaschen Silikonspreader, ne? Super. Hast du dich jetzt gerettet? Ja. Also ich nehme es dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich nehme es dann mit nach Hause. Nein, ich habe genug Nema. Das ist nicht. Ach so, das heiße ich auch. Dafür gibt es die Zangen. Peter, es gibt so eine Zange für die Schellen. Ja. Die gibt es zu kaufen. Wollen wir hier auf den Schrank gucken? Haben wir nicht. Hätte ich auf jeden Fall gesehen, wenn wir die haben. Da hätte ich wahrscheinlich eine mit nach Hause gehen. Jetzt gucken wir mal, ob er seine Arbeitsschuhe an hat. Boah. Da ist schon mal unten richtig gegen, Mensch. Hä? Da ist schon mal unten richtig gegen. Da habe ich ja gerade für den Schrank gesehen. Aua. Unten, Jan. Oh, fack. Das tut echt weh. Oh, ey. Ja, jetzt. Das war die Stahlkappe. Glück gehabt. Es sind natürlich schon wieder ein paar Tage vergangen. Wie ihr gesehen habt, haben wir zu viert geschraubt. Peter, Roni, Jan, ich. Was ist hier fürste. Du bist genau so runter. Ich hab mich, Tja, Tsch. Du willst, Mann, und Applaus. Lass uns die Alten... ... in sich nicht mehr auf der Schrank, oder? Ja, ich hab mich, Tja, nur mit einem Tag, Wir sind da in sich, ich bin. Drei dazu beijing. Ja, ich habe dich. Ich bin hier. Musik Musik Jetzt schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welche Farbe der Ventildeckel haben könnte. Ein kleiner Tipp, es ist eine originale Golf 2 Farbe.